Aber im Moment bringt das bei mir nix mit aufnehmen. Ich kann das sowieso nicht verarbeiten. Die Scheiße, ey. Zum Kotzen. Von hier aus 3,7. Ja, ich hab mir auch einen Punkt. Wow, hier sind aber viele Steine. Eigentlich wenn wir durch die Stadt durchfahren, ist das eigentlich hinten. Das müsste eigentlich so ein Militär-Turm sein. Bei Atira. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, dass es bald wird. Ja. 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 Und wenn nicht mehr geht, nach links und dann direkt wieder nach rechts. Also du kannst dann nur noch links oder rechts, mitten in die Stadt. Und dann fahren wir links und direkt die erste rechts und dann kommen wir genau auf den Turm zu. Hier? Ja, die kannst du auch nehmen. Nee, die kannst du nicht nehmen. Die kannst du auch rechts nehmen, aber nimm die nächste rechts und dann links. Oh oh. Oh, da ist er doch. Boah, noch mehr. So ist es ja nicht, ne? Hat er ja alles. Okay. Okay. So ist das kein Fenster? Ja, warte mal. Kann ich mich irgendwo hinlegen? Wie schießen die Stand? Wo sind die denn? Ach, da hinten. Okay. Ja. 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 Jetzt habe ich. Genau. Jetzt habe ich meinen Granatwerfer-Waffe. Hat der Rahmen, der Start, zehn Magazine. Fremdmagazine sollten reichen, Fremdmagazine sollten reichen, wenn wir weit. Ja ja, man auch. Ja, man hat 89 und heult rum. Ja, da sollen wir mit Strider mal ein bisschen näher, aber wir müssen aufpassen, die haben da Minen bestimmt, die da rumstehen oder so. Wir können ja hier direkt ja spawnen. Komm, wir können mal ein bisschen Spaß haben hier. Bisschen den Nahkampf. Oh! Was war das denn? Boah! Alter, ich dachte... So, schalten wir mal direkt auf Auto. Guck mal eben hier, Loot spawned. Vielleicht habe ich eine dicke Munition hier. Äh, nein. 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 Mk200 habe ich. Ja, ne. Habe ich, äh, zu Hause. Ne, 6,5er, ich habe ja 10 Magazine. Also, ich bräuchte 6,5er, äh, 30er. Ne, für die 12,7. Weißt du? Alter, ja, das ist hier. 12,7? Ja. Boah, geil. Da habe ich nämlich keine mehr von. Ne, stimmt gar nicht. Punkt, 4,0,8. Ne, die habe ich nicht. Das ist dieses lange Gerecke. Obwohl, das habe ich auch noch mit. 4,0,8. Aber das ist mir optisch zu hässlich. Das ist mir einfach zu groß. Ja, das ist mir zu groß. Ja, das ist die Marke. Dann nehme ich, äh, lieber den. Nein, das ist mir auch nicht. Obwohl, die, äh, ja, sind schon gerade die andere. Aber die sind fast zu hässlich. So, soll ich mal? Ja, genau. Fahren wir mal links dran vorbei. Gucken mal, ob da irgendwo Deckung ist. Guck mal, da ist ein Häuschen. Gucken wir mal von hier. Ja, irgendwer ballert auf jeden Fall auf uns. Ich glaube, nicht, dass die auch noch war. Ich bin schon wieder mit, äh.. Ich bin schon wieder mit, äh... Dings unterwegs, hier mit, äh... Patrouille oder so. Aber ich bin schon wieder mit, äh.. Aber ich sehe nichts, das ist das Problem. Nicht, dass die da im Gebüsch irgendwo wieder sitzen. Ja komm rein, fangen wir nochmal rum. Fangen wir mal hier rum. Hier müssen wir eine gute Sicht eigentlich haben. Ich sehe aber keinen. Und Minen aufpassen und da hier keine Minen rumliegen. Da ist einer. Sieht sie? Über der Mauer. Soll ich machen? Ich habe voll Auto. Der ist in ein Gebäude reingegangen. Also, ich gehe mal hier rumhecke. Ich gehe drin. Ey, mit meinem PC jetzt kann ich auch wenigstens mal richtig spielen hier, ey. Wenn ich vorüberlege, wie ich A mal gespielt habe, weißt du? Ich gehe mal hier hoch. Boah, der backt jetzt. Ich bin oben. Unten drin. Ne, deswegen. Du hast jetzt geschossen, ja? Ja. Nein, nicht auf Pistole wechseln. Alter. Hier am Fenster ist tot. Alter. Da ist der mit einem MG da oben. Du machst den Klapp. Ich habe ihn gesehen. Alter, ich habe mich hier zerschrocken, ey. Da will er mich verarschen. Wie krass ist der denn bitte? Ich mache die Tür auf, ey. Wie im schlechten Film. Du machst die Tür auf, dann sitzt der da mit einem fetten MG. Und denkst du, Alter, ich mache die jetzt alle. Oh, jetzt bin ich so weit weg. Hat hier was? Ja. 800 Meter. Ne, 500 Meter. Hörer. 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 Ey, hast du das manchmal auch? Du spawnst. Entweder hast du ein Magazin oder null Magazine. Ersatz-Magazine. Pistol? Ja, wenn ich spawne. Entweder hab ich null Magazin oder... Oh scheiße, die sind hier draußen. Ich hab keine Money mehr. Die sind hier. Toll ey. Die sind noch ein bisschen weiter. Hör mal. Ja. Hier. Ich bin außerhalb. Die kommen jetzt aber reingelaufen. Glaube ich. Du bist 322 Meter weg. Also die sind noch ein bisschen weit weg. Ah, die schießen jetzt auch nicht. Ah, fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. So, jetzt sehen sie mich erstmal nicht. Fuck ey. Warum haben sie da? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Die gehen immer in den gleichen Häusern und sitzen in den gleichen. Oh, hier sind noch Leichen. Oh, verkamen sie nicht. Wo war er? Ja, die sind draußen. Oh, die kommt auch noch. Ja, ich guck jetzt, dass ich direkt über dir abspringe. Dass ich da oben meine Klamotten kriege. Ja. War da ein fettes MG wieder. So ein Stand-MG, oder? Nein, nein. Draußen. Einfach draußen sind die. Ja. Ey, aber warum ist das vorne so weit weg? Mal. Mal gucken, ey. Aber jetzt sollte ich das eigentlich packen, direkt zu dir kommen. Hey, draußen. Die laufen draußen rum. Die sind außerhalb des Geländes. Also ich komm zu dir. Wo sind meine Sachen denn eigentlich? Sind auch in dem Haus, ne? Ja, ja. Wo du drin bist jetzt, ne? Okay. Ja, sehe ich. Pass auf, da ist, äh, hinter dem Gebäude ist jetzt einer von dir. Also der kommt von hinten. Dreh dich um und geh in das Haus, der geht in das Haus, wo meine Sachen liegen. Der ist unten. Ach, boah, der hat jetzt einen kurzen Ruckler gehabt. So, scheiße mit dem Aufnehmen. Oder ich muss die Grafik runterschrauben oder was. Alter. Ich, 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 boah, ich komm jetzt direkt bei einem Wichser runter. Nein, oah, jetzt bin ich außerhalb, doch außerhalb. Ja. Ja, wo kannst du direkt hinten schweben, ne? Ja. Alter. Einen hab ich umgenietet. Jetzt schießen sie wieder auf mich. Ey, ihr habt mir viel gebraucht. Ich brauch meine Waffen. Ich glaub, jetzt mal durchs Loch. Du bist ganz rein, schaff ich dann auch nicht. Ja doch, ich hätt, ich hätt's geschafft, wenn ich nicht abgebrochen hätte. Dann schaffst du's. Ich wär ja drin gewesen. Ich bin direkt an der Mauer, aber da stehen direkt und ballern. Ich hab jetzt auch nur noch Piste wieder. Alter, ich hab gar nichts mehr. Oben waren meine Sachen, ne? Ja, zweiter Stock. Ach, Gott sei Dank. Pick all. So, ihr Wichser. Jetzt kriegt der auch Fresse, ey. Aber richtig derbe hart. Könnt ihr dann MG... Wieso könnt ihr das MG eigentlich so hoch stellen? Ich kann das nicht so hoch stellen. Also das MG, was ich hatte, konnte ich nicht so hoch stellen. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Pass auf, hinter dir. Ja, unten ist einer. Bei mir? Unten links, ja. Ja, aber hinten. Aber an einer anderen Kaserne. Okay. Aber hinter dir waren auch welche. Eine Waffe hab ich schon mal wieder. Und da haben sie auch irgendwo auf mich geballert. Wo ballern die denn? Schießen die jetzt. Was? Bist du am Schießen? Nein. Pass auf, da schießen mehrere auf dich, ne? Nein, die schießen nicht auf mich. Die schießen irgendwie auf dich selber. Vorhin ging aber Radio. Die schießen wieder hier. Da kann ich hier gar nicht sein. Nee. Und da? Ich geh von der anderen Seite. Ja, ist einer. Ich geh von der anderen Seite. Ich geh von der anderen Seite. Den hab ich. Oh, was? Wo, 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 wo? Oh, was? Die ist Fabi. Ja, ich hab einfach durch die, äh, durch die Büsche geschossen. Durch die Büsche. Du hab in den Mund. Das ist der Herkennung. Das hat dich gemacht. Das hat mich. Ich hab mir aus! Du hab dasselgeber. Oh, nein. bin drin jetzt packt das hier rum hab ein komm rein hier die andere ja gut dann gehst du da ja auch wieder einer mit einem mg erwartet hier hier ist auch einer tot ja wir müssen ja von ihr wo sehen dann können ja überall sein ja sicher im kreis auch leichen alles so viele eingänge gibt es ja nicht dass da ist auch ein toter da ist das mg mal hier außerhalb der mauer da ist einer weiß jetzt nicht ob da noch mehr sind hier aber keine bewegung gut spawnt in your area hier sehe ich nichts mehr außerhalb oder wie er ins haus gerannt sind weißt du ich gehe mal hier in das haus rein hier ist orange ne hier nehme ich die tür auf da bist du aber zwei drei leichen hier geht gar nicht auf ich gehe dann insta dog bei Ich habe meine eigene Platte mit dem Parkton. Das ist keiner mehr. Auf der Map sieht irgendwen rot aus. Das ist die Mine. Ja das ist die Mine. Ja das ist die Mine. Guck mal hier auf der Kaffee. Das ist aber hoch. Das sehe ich ja was. Ja das ist die Mine. Jetzt hab ich auch da. Soll ich mal mit dem Auto rum fahren? Ich fahr einmal mit dem Auto komplett rum. Gucken ob da irgendwas ist. Das kann ja auch wieder einer sein der einfach nur im Gebüsch rumliegt und sich nicht bewegt. Ich hab einen gesehen. Hab einen, hab einen, hab einen. In dieser scheiß Blechhütte ist ein MG drin. Hast du die Blechhütte platt gefahren jetzt? Ne, ich werde den jetzt mit meinem Granatwerfer. Was denn? Farschießen. Na ich auch nicht. Komm gleich. Hast du nicht gewischt? Äh? Gibt's doch gar nicht. Der hält alles aus. Aber eigentlich müsst ihr ja durch die Blechhütte schießen können, oder? Ja. Ey, zwei Granaten hält der aus, weißt du? Zwei Granaten hält der aus, weißt du? Aber die Beine in die Füße schießen gehen. Das hält dann nie aus. Ja, genau. Ja, richtig. Sollte man immer mal... Ey, ich wette... Äh, gut, dass ich gefahren bin. Ey, ich wäre nie drauf gekommen, dass der einer mit einem fetten MG statt der da drin ist. Ja. 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 Verlustig gibt immer. Ah, scheiße. So eine große Luft ist ja, die das vorgerufen hat. Ne, ja. Anderen Auto, weißt du? Ist nichts Besonderes drin, ne? Oh, oh. Schuss. Beschuss. 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 Da hinten. Schuss. Ich sehe nur drauf. Ganz recht drauf. Die ist wieder gegen die Kiste. Und ein Rundradio. Schnell, benutze es schnell Waffen, ne... Ja, Territory flagt Pucki ein. Nimm dir deine äh... Der 12 Siebener, ne? Ja, die sind teuer, die nehmen Pucki auch einen hier. Ja, 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 immer mit der Ruhe, ey, Jungs. Boah, ja, ich weiß aber nicht warum, da ist ja kaum mehr drin. Die haben die MK-Dienst da, oder nicht die Munition? Weiß ja.